achtung achtung das ist ein werbevideo für wen für mich für unsere leistung die wir dir als kanzlei anbieten als arbeitnehmer wenn du dich das nicht interessiert was wir anzubieten haben schalte sofort ab ja aber ich hatte oder habe regelmäßig in den telefonaten in den erst telefonaten die ich ja teilweise kostenlos anbiete immer wieder das gefühl dass unsere videos war alle geguckt wurden oder sehr sehr viele geguckt wenn man vielleicht zu viele ja das aber gar nicht klar ist was wir eigentlich anbieten und ich bin ja ein großer freund der standardisierung und möchte dich natürlich immer in eins dieser produkte press nicht etwa weil du ich nicht glaube dass dein einzelfall besonders ist sondern weil ich glaube dass wir in diesen bereichen am effektivsten sind dass also das vorgehen was ich dir da vorzuschlagen habe wenn es dann irgendwie auf den fall passt dass das auch das effektivste und beste vorgehen ist da ich das seit 25 jahren daran arbeite und das immer weiter optimiere bin ich mir da meiner meinung sehr sicher und ich will dir jetzt mal diese einzelnen fälle um die so ein bisschen voneinander abzugrenzen vorstellen es geht also um die angebote für arbeitnehmer ich wäre ein ähnliches video übrigens auch auf unserem arbeitgeber kanal machen also wenn du chef oder arbeitgeber bis dass die andere perspektive sehen willst dann abonniere diesen kanal da kommt das demnächst auch so und jetzt gucken wir uns mal an was wir hier haben also du gehst auf den youtube kanal fernsehanwalt den hauptkanal ja und dort gibt es eine playlist die sieht ungefähr so aus und auf dieser playlist sind 17 videos mit angeboten wichtig jetzt nicht alle wissen sich voll mit nerven aber ich will hier hier mal die für arbeitnehmer die wesentlichen angebote sagen und das geht los hier oben mit dem thema betriebsübergang für arbeitnehmer also wenn dich das irgendwie betrifft du ein informationsschreiben vom arbeitgeber hast oder so dann ist das das richtige angebot für dich das heißt schau dir dieses video an ich sage was du beachten musst und wie wir dann im zweifel vorgehen wenn du das mit uns machen willst wir sind deutschlandweit tätig wir bieten in vielen bereichen erstmal kostenloses ersttelefonat an wenn du dir da nicht sicher bist kannst du zumindest mal anrufen und nachfragen und dann ist es aber fast immer sinnvoll sich erstmal dieses video anzugucken ist ja für dich auch ein aufwand also erstmal zu gucken was machen wir da und passt das für dich ja dann ganz wichtig und ganz häufig hier auch angeguckt und und nachgefragt ist das thema aufhebungsvertrag jetzt wollte ich das hier so ein bisschen markieren aber geht irgendwie gar nicht für falsche farbe oder was naja egal also wie auch immer es es ist der das was neben der kündigung am häufigsten nachgefragt wird du hast vom arbeitgeber einen aufhebungsvertrag angeboten bekommen und du möchtest dazu mit uns sprechen das kannst du in so in diesen fällen gern machen unsatz in diesem fall unser ziel wird immer sein das angebot zu optimieren es kommen hier leute die haben schon 300.000 euro im gepäck und sagen das ist ja schon mal angebot prederek könnte da irgendwie noch mehr rausholen ich sage immer ja weil ich auch nahezu immer mehr raus hole ja wir sind hier sehr spezialisiert auf diesem bereich wenn der arbeitgeber sag ich jetzt mal so ganz salopp und kurz wenn der arbeitgeber schon freiwillig dir so viel anbietet dann werde wird wirst du mit unserer hilfe noch mehr bekommen das läuft im prinzip so ab dass wir den arbeitgeber anschreiben und sagen wir vertreten den arbeitnehmer ja sie haben ja hier was angeboten zu den konditionen nicht aber grundsätzlich schon kann man auf muss ein bisschen mehr sein und dann geht es mit den verhandlungen los und wir haben meistens nach dem ersten telefonat schon bessere ergebnisse so nächster punkt hier in der liste abmahnung du hast eine abmahnung bekommen und überlegst was du machst das erkläre ich in diesem video häufig ist das der auftakt auch wieder für beendigungsverhandlungen um eine abfindung rauszuholen aber erst mal wie geht man mit so einer abmahnung um manchmal ist es ja auch so dass man gar nicht unbedingt beenden will zu diesem zeitpunkt ja dann für arbeitnehmer weitere wichtige weiteres wichtige video bekündigung so holst du die höchstmögliche abfindung heraus das sind also alle die fälle wo der arbeitgeber die eine kündigung ausgesprochen hat das sind die fälle die richtig eilig sind das nur wichtig rufe gleich am ersten tag an du hast die möglichkeit kostenlos und unverbindlich mit mir zu sprechen die erfolgsaussichten zu besprechen insbesondere wenn du eine keine rechtsschutzversicherung hast und sagst ich will erst mal wissen was kann man denn da machen aber schau dir da mal dieses video an da erkläre ich schon ziemlich genau warum wir da sehr gute aussichten in der regel haben wenn mehr als zehn arbeitnehmer beschäftigt sind bei dem arbeitgeber und du länger als ein halbes jahr dabei bist ja dann ist das in der regel auf jeden fall sinnvoll sich zu wehren denkt dann aber dran ist tickt die uhr ruft bitte am ersten tag in dem moment wo du die kündigung hast ruf bitte am ersten tag an je früher du anrufst umso besser können wir deine vorteile ausspielen das heißt nicht dass wir nicht wir brauchen die kündigungsschutzkarte nur innerhalb von drei wochen einreichen nur bestimmte dinge wie zurückweisung der kündigung gehen nur innerhalb weniger tage so dann befristung angreifen noch ein punkt wenn nun befristetes arbeitsverhältnis hast und eigentlich weitermachen willst oder sagst ich will zumindest eine abfindung rausholen ist das der richtige weg dieses video schau dir das mal an ich erläuter wie wir in diesen fällen vorgehen und dann ganz wichtig das video du willst selbst weg ja du willst selbst weg aber du sagst du ich will nicht einfach so gehen ich habe hier einen kündigungsschutz aufgebaut den will ich meinen arbeitgeber verkaufen und das ist eigentlich der häufigste fall wo leute uns anfragen also jenseits der kündigung und aufwirkungsvertrag ja die sagen ich will selber weg aber ich will da noch was haben ja oder wo eigentlich was anderes im raum steht sie werden gemobbt oder sonst was wir aber sagen überleg mal ob du nicht doch lieber gehen willst und möglichst viel rausholen willst also wo wir dann so sanft auf dieses produkt hin steuern weil mobbing klagen in deutschland einfach keinen großen spaß machen weder dem anwalt noch dir der du nachher mit dem ergebnis leben muss dazu habe ich aber schon einige videos gemacht die kannst du dir gerne auch mal angucken zum thema mobbing wenn du wenn du da vielleicht noch nicht überzeugt bist ja mein tipp also wenn du in einer situation bist dass du diesen kanal guckst dann ist meistens stimmt meistens irgendwas nicht habt bitte diese angebote von uns im auge welches passt da für dich guck dir natürlich gerne immer meine ganzen videos an lieben lieben dank wenn ihr das macht und noch lieben dank noch mehr dank noch lieberen dank wenn ihr den kanal abonniert ja und hier mitmacht durch eure fragen und ratschläge in den kommentaren aber aber halte diese angebote im auge denn das sind die typischen situationen wo du aus meiner sicht ein anwalt brauchst und wo ich der meinung bin dass ich dir am besten helfen kann deutschland weit und ja aus meiner sicht wenn es da nicht reinpasst dann ist meistens irgendwas nicht noch nicht in deinen vorstellungen noch nicht ganz so wie es sein sollte und dann muss man gucken ob man es nicht passend gemacht kriegt dabei helfe ich dir gern